Hashtag Pokemon Hashtag Nice Hashtag Green genau Hashtag Nimm endlich mal, es ist das gut auf du Opfer Ja ist echt so Nimm das mal auf endlich alter Hashtag Nimm statt Nimm Hashtag Halt die Klappe Lol Das sieht aus wie Dillowatt Eine Scherpe, für mich! Just for me Leute das sind easy Punkte jetzt, wenn wir die nicht holen sind wir selber schuld Für den Raccoon Nein Das sind easy Punkte Wenn wir die nicht holen sind wir selber schuld Warte, warte Nein, Alter Du postest mal bitte auf Twitter oder so Scheiß, Alter Postest du auf Twitter? Nein Was? Alter ich bin so dumm einfach Oh Mann ey Oh Scheiße Worauf hast du gewartet Chris? Weil ich tanzen wollte Achso Das kann nicht wahr sein Aber das ist nicht die Punkte, weil wir uns selber schulden haben Alter Okay Oh Junge einfach Ach shit Achso Achso Oh shit Ich bin wieder unter Beschuss steht Hä? Nicht mehr mitbekommen wie ich gestorben bin Oh Alter bei mir wurdest du genau getroffen Tim war so tot Tim war so tot Mach mal zu da Markus Ello? Okay Wow Alter Eis Best Idee Danke LG Was? Was? Ich bin drauf stehen geblieben und trotzdem weggerutscht Das ist ja der Wahnsinn Scheiße Jaaa Keiner hat es geschafft Alles gestorben Finde ich gut Kriegt ein Like von mir Ja Yeah Wenn ihr das auch gut fandet dann gebt ein Like Oder ein Keine Ahnung Geht ein Abo oder so Favorisieren, abonnieren, teilen Alles bitte Danke Maul halten Maul halten bitte auch Ja danke Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich kann schon wieder nichts passieren Oh du bist raus Tschüss Oh shit Oh nein Oh ich war schon zu gut einfach Sag's dir Bei mir wurde Marie mega krass getroffen zweimal gerade Bei mir auch Ja 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 Keine Punkte Keine Punkte Keine Punkte Das kann nicht wahr sein man Wow Wow Markus Was dann? Okay Tim mach nicht da hin Kann man es schaffen Kann man auch nicht Kann man auch nicht Hört was Ich bin durch meine eigene Falle gestorben Nein Dann gibt es auf jeden Fall keine Fallenpunkte Wenn es einer von euch schafft dann doch Ey das sind zu viele von diesen Von den Baseball Kanonen Ja die sind scheiße Das sind Baseball Kanonen? Ja das ist ein Baseballer Ja das ist ein Baseballer Ja das ist ein Baseballer Und du könnt alle zwei weg machen Du könnt alles zwei weg machen Ja das hast du grad Baseballer gesagt Das sind Baseballer Jo Ja das ist ein Spaceballs Boah, Krill, jetzt weiß ich noch das eine weg, da kommt das nächste dumme Ding hin. Ja, ist doch geil. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Du, du bist ja nur am meckern hier. Was soll denn das? Schwein. Schwein. Verdammt, dieser Flügel dort. Das kann doch nicht sein, ey. Boah, ich will heute mal ne Runde gewinnen. Risky, Markus. Scheiße. Siehst du gut. Ich hab sogar ne Münze. Aber das Inferno wirst du nicht überleben, Alter. Oh, ich hab sogar ne Münze. Das kann man schaffen. Nein, das schafft ja nie und nimmer, Alter. Das schafft ja nie und nimmer, Alter. Das schafft ja nie und nimmer, Alter. Oh. Scheiße. Ja, das hab ich dir gleich sagen können, dass du es nicht schaffst. Das ist so stark frequentiert, das schafft keiner. Underdog, komm. Aber ich mach noch nicht. Na gut. Ja. Ja, das war vielleicht doof die Idee. Ja, egal. Hauptsache diese Dinger sind weg. Na ja, ne. So könnte man sie sogar noch kriegen. Oh, du wurdest getroffen. Alter. Okay, ich hab ein bisschen Panik. Ja, Tim wurde auch getroffen. Nein, verdammt. Falsche Seite. Why? But why? Oh, man. Oh, jetzt gewinnt er das auch noch wieder, Alter. Ich fass es nicht. Ich hab immer noch keinen Underdog. Warum krieg ich keinen Underdog? Das freut mich jetzt am Ende gerade. Aber Leute, ich finde, ihr macht das sehr gut. Ich geh jetzt mal ernsthaft. Warum krieg ich keinen Underdog? Weiß ich nicht. Und warum darf schon wieder keinen Underdog platzieren? Das ist die bessere Frage. Warum ist das Kokos das heute? Warum liegt da eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Warum hab ich eine Maske auf? Verdammt. Ja, das ist echt so. Warum hast du eine Maske auf? War das irgendeine Bewandtnis? Irgendeine besondere? Ne, ne. Ne, ne. Du magst nur Stroh und Masken, stimmt's? Ja, genau. Oh, Alter. Jo. Pfff. Nein. Das kann ich. Markus. Die schlimmste Runde aller Zeiten gibt's nicht, ey. Das für mich nicht. Das war wirklich eine scheiß Runde. So nenne ich die Folge. Die schlimmste Runde aller Zeiten. Äh, ich fühl mich grad wie Zombie. Tod? Ne. Siegend. Voll sad. Nur eine Box, hä? Ja, komm mal. Achso, achso, das meinst du. Ich hab grad nicht gegettet, was du meinst. Gettet. Gettet. Gettet mal Germany, Alter. Ja. Marie, komm, wir sind die wahren Sieger der Herzen. Und? Ja, ich hab für ein Level für Koga gedeckt. Ja, danke. Freut mich. Bitte. Tschüss. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Du kannst erst mal tanzen, Alter. Er hat schon gewonnen innerlich. Die Gedanken hab ich gewonnen. Und tot. Nein, ich bin ein Raccoon. Katzen lieben mich. Kann ich auch in der Luft tanzen? Ne. Vor allem, was macht die Mittelalterburg dort hinten im Hintergrund in der Wüste? Vielleicht ist das doch noch mal ein Möp für mich später. Oder das Alien-Räumschiff. Stimmt. Mit dem Dino übrigens. Oder das Karussell dahinten. Links. Könnte alles sein. Maybe it's a Conspiracy. Mega useful! Ja, das ist useful. Alter. Leute, ernsthaft. Komm mal, ich spring mit dir. Scheiße! Yay! Trampolin! Yay! Oh, ich bin tot. Schade, dass wir das Level jetzt nicht mehr schaffen. Hä, wieso nicht? Gegen dem. Erstes Mal gegen Sprechen. Könnt ihr ja mal versuchen, das zu schaffen? Kann ich schon fahren, das ist so geil. Ich hab immer noch Freude, auch nach dem Tor. Scheiß aufs Schärm. Mir macht spring trotzdem Spaß. Oh, oh, oh! Was willst du denn, Chris? Aber die Ritterburg macht halt echt keinen Sinn. Ja, vielleicht ist das ein Level einfach. Mit dem Dino. Ja, warum nicht? Klar. Ich mein, hier ist ne sich bewegende fucking, hier, äh, Dings hier, Sphinx, ne? Sphinx, ja. Hier, Dings, äh, äh, Bums. Fucking, Dings hier. Äh, ne Dings hier, ne? Ne Bums. Ja, das sind die Brüste, Alter. Ja, das sind die Brüste, Alter. Nippel! Oh, shit! Oh, fuck! Nice! Gibt's mindestens einen Fallenpunkt, wenn's einer von euch macht. Ja, ich auch. Oh, scheiße, das kann nicht sein! Scheiße! Oh nein, aber es ist machbar. Aber guck, er hüpft auf jeden Fall noch. Er hat auch Spaß. Er lebt meinen Lifestyle so. Das ist echt. Ja, Leute. So gut, ey. Oh, Atombobbe. Also ich mach die Kopfbedeckung von Nesswings weg. Aber es sah so schön aus. Jetzt ist es wieder richtig easy. Nein, find ich nicht. Das kann man trotzdem noch verlieren. Verlieren kann man alles. Auch das Leben. Och! Verpisch dich. Oh, no. Sorry, das wusste ich auch. Nein, ist okay. Essa! Nee. Doch, natürlich. Nee. Hey, natürlich. Bei mir nicht. Nee, natürlich. Nee. Hey, natürlich. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Drip it like a torch! Keine Punkte! Oh, shit! Oh, shit! Außer Münzen. Außer fucking Münzen. Oh, shit! Oh, man, das Ding wollte ich. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Wie, Leute? Wie sollen wir da oben noch laufen? Gar nicht! Das hat sich wirklich erledigt. Durch den Holzbiken? Scheiße! Wer hat denn diesen Ventilator dahin gebaut, Alter? Der ist ja richtig dumm. So ist es ja noch machbar, aber der Ventilator macht's halt. Okay, erst dann. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Ist ja noch machbar. Aber... Oh, was? Nice! Wie ist das Lachen? Wie ist das Lachen? Scheiße! Oh, Gott! Alter! Ich finde, der erste Hockey-Schläger ist mega sinnlos. Warum? Markus, warum? Aber warum? Warum machst du das? Warum machst du das? Sorry! Speedrun! Ja. Und so wie bei Assassin's Creed. Nein! Marie voll Angst, ey. Die strecken hinter den Hintern. Oh, shit! Komm, Marie. Das ist so knapp, immer. Oh mein Gott! Oh nein, Alter. But why? So gut, ey. Scheiße, jetzt bin ich letzter. Das gefällt mir gar nicht. But why? Markus, was soll das denn, Alter? Was ist denn dein Problem? Ja, mach das trotzdem. Dann dreht sich's wenigstens ein bisschen. Oh, das ist gut! Alter! Das ist voll geil! Das ist echt gut, ja. Das ist echt gut, ja. Das ist echt gut, ja. Na, nicht nur für dich. Das verreckt man mit der Aga Fleisch. Marie, komm, du schaffst es. Wow! Ja, sehr gut. Zu easy, keine Punkte. Aber zu easy war das nicht. Zu easy war das nicht. Ich finde, so wie es jetzt ist. Das Spiel sagt, es ist zu easy, dann ist es auch zu easy. Das ist ja voll krass, wie du aus dieser Amprost doch so eine unberechenbare Waffe gebaut hast. Das ist voll krass. Nein. Okay, Markus, nee, das wäre wirklich weird. Markus? Dann würde man es nicht mehr schaffen. Alter, Markus. Du bist doch so... Oh, Mann. Weißt du nicht? Ist das noch irgendwie... Tisch ist es jetzt nicht mehr schaffbar. Ja, stimmt. Das ist so doof, ey. Ganz ehrlich. Jetzt hassen mich alle das. So richtig unnötig. Ja, ist es halt echt so. Sieht schön aus. Ja, komm, das machen wir weg. Das machst du weg, Alter. Du wirst jetzt eine Bombe nehmen und das weg machen, ja. Ich habe keine Bombe. Und Dynamit, mein Gott. Ich mache es wieder. Ja, eins ist ja okay. Das ist ja... Du kannst jetzt immer noch nicht machen, was? Nee, das ist immer noch nicht machbar. Das sind irgendwie dann noch aus. Meinst du? Ja. Ja. Das könnte schwierig werden, also. Nee, mit Anlauf. Und dir kriegt man halt keinen Anlauf. Scheiße, nee. Von da bist du auch gewirrt. Okay, das geht gar nicht. Aber ich hätte gedacht, vielleicht... Na gut, okay. Na, jetzt mach ich, töte dich. Easy Level. Total, Alter. GG. Dann musst du auch die Pyramide da unten versperren, ey. Ja, das war ich ja. Sag ich ja. Aber das wäre ja zu einfach, wenn ich das halt offen lassen würde. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Toll. Nein, machst du nicht weg? Ja, okay. Ja, das ist okay. Wobei es mir eigentlich egal, du musst das setzen, wo du willst. Ich würde sagen, Tim muss jetzt immer absegnen. Ja. Ich muss erstmal mein Autogramm drunter setzen. Dass das alles negativen ist. Ja, Marie, das darfst du so machen. Oh, shit, der hat mir voll die Haare abgesäbelt. Oh, fuck! Habt ihr gesehen, wo ich hingeflogen bin, man? Nee. Zum Mond und noch drüber hinweg. Markus hat's gecheckt. High five, Bro! High five! Vor einer Runde noch gehasst und jetzt high five. Ja, und jetzt so, hi, Bro! Was geht ab hier? Hi, Bro! Scheiße, ich muss jetzt einen Punkt holen. Ich muss jetzt einen Sieg holen. Das wird's Spiel. Ja. Ja, natürlich. Okay. Ich werde euch übertreiben. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war knapp. Diese Bolzen, Alter. Alter, diese... Nein, das ist kein nichts. Oh, 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 oh. Meine Güte, ey. Diese Bolzen, die fliegen so unberechenbar einfach. Ja. Hey, Tunja! Hi, Bro! Hi, Bro! Panik! Panik, Marie, Panik! Shit! Marie macht das jetzt ganz gechillt und easy. Ja, macht sie auch. Okay, sag mal noch ein Wie, bitte. Hä, einfach springen. Einfach springen. Einen krassen Sprung an die Wand und dann, ja, ja. Ja, ja. Lemon Squeezy. Boah, ich bin so schlecht gerade einfach. Ja, ja. Letzte Runde, 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 Runde. Wobei, wenn ich jetzt einen Solo-Lauf mache mit Münze, könnte ich das noch schaffen. Ja, Chris, auf jeden Fall. Du bist so dumm, Alter. Was ist denn los mit dir? Manchmal frage ich mich echt, was verkehrt gelaufen ist in deinem Leben, Alter. Ich will nicht, dass du eine Münze bekommst und mir meinen Lauf kaputt machst. So spät jetzt abschneiden. Hey, ich hab doch eine Münze hier. Hey, wieso kommt die nicht mit? Ich hab nur eine Münze. Oh, oh. Markus, mein Schutzschuld. Ja, okay. Danke, Marie. Mein Schutzschuld. Hegelaufen. Ja. Ich bin ein unsympathischer Gewinner. Ja, das bist du. Ich hasse das, ey. Ich bin ein Musiker. Vielen Dank.